Mit diesem kleinen Video erhalten Sie eine kurze Erläuterung, wie Sie die Videoberatung starten und wie Sie darüber hinaus den Bildschirm optimal für eine Beratung einrichten. Klicken Sie in der E-Mail, die Sie von Ihrem Berater erhalten haben, auf den Internet-Link. Hiermit gelangen Sie auf die Startseite für die Videoberatung. Unterhalb des Beraterbildes finden Sie den Button für den Start der Videoberatung. Am Fuß der Seite sehen Sie das Feld System-Check. Hier können Sie mit einem einfachen Klick auf den Link Check durchführen überprüfen, ob Ihr Rechner für eine Videoberatung geeignet ist. Sollten Sie hier eine Fehlermeldung erhalten, hilft Ihnen Ihr Videoberater gerne weiter. Klicken Sie jetzt auf den Button Videoberatung starten. In dem daraufhin erscheinenden Bildschirmdialog geben Sie bitte in dem Feld Besuchername Ihren Namen ein. Setzen Sie einen Haken in dem Feld Sicherheitshinweise und bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie nun auf das Feld Video-Chat klicken. In dem nächsten Dialogfenster klicken Sie auf den Button Zulassen. Hiermit erlauben Sie Ihrem Rechner, die Bild- und Tonübertragung zu starten. Danach wird die Verbindung zu Ihrem Berater aufgebaut. Ihr Videoberater hat die Möglichkeit, Ihnen Darstellungen und Anwendungen von seinem Bildschirm auf Ihren Bildschirm zu übertragen. Betätigen Sie hierzu bitte nach Aufforderung durch Ihren Gesprächspartner den Anforderungslink für das Screensharing. Durch Klick auf den Button Starten. Daraufhin öffnet sich ein weiteres Browserfenster auf Ihrem Bildschirm. Passen Sie jetzt die beiden Fenster so an, dass sowohl der Berater als auch das Fenster für die Bildschirmübertragung für Sie gut zu sehen sind. Wenn die Anwendung in der Vollbildansicht ausgeführt wird, wechseln Sie hierzu bitte in die Fensteransicht. Führen Sie anschließend den Mauszeiger auf den Fensterrand. Sobald sich der Mauszeiger in einen Doppelfeil verwandelt, können Sie das Fenster mit gedrückter linker Maustaste vergrößern oder verkleinern. Ordnen Sie die Fenster so an, dass das Fenster mit den Inhalten für die Bildschirmübertragung den größten Raum auf Ihrem Bildschirm einnimmt. Umso besser sind die Darstellungen im weiteren Verlauf der Beratung für Sie lesbar. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Videoberatung mit Screensharing.